Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Klartext Triathlon, präsentiert von Primal Harvest und FeelsLike. In der heutigen Folge spreche ich mit Triathlon-Legende Jürgen Zeck, unter anderem Zweiter beim Ironman Hawaii 1997 hinter Sieger Thomas Hellriegel. Ich rede mit Jürgen über seine lange Triathlon-Karriere, Triathlon in den 80er und 90er Jahren, sein Training von damals, sein Karriereende und seine heutige Tätigkeit als Triathlon-Coach in Thailand. Und jetzt erwartet euch die erste Werbung unseres ersten Presenters, Primal Harvest. Heute möchten wir euch ein unverzichtbares Werkzeug für euer Triathlon-Training vorstellen, Primal Hydration. Triathlon ist anspruchsvoll und eine angemessene Hydration ist der Schlüssel für maximale Leistung und Ausdauer. Primal Hydration ist mehr als nur ein Getränk, es ist euer geheimer Verbündeter auf der Strecke. Angereichert mit Elektrolyten und Vitaminen hilft euch das Pulver, euren Elektrolythaushalt während des Trainings und der Wettkämpfe im Gleichgewicht zu halten. Kein lästiges Schleppen von schweren Flaschen mehr, einfach Primal Hydration in eure Wasserflasche geben, schütteln und loslegen. Mit einem erfrischenden Geschmack und einer schnell wirkenden Formel könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr mit Primal Hydration immer einen Schritt voraus seid. Bleibt hydratisiert, bleibt fokussiert und erreicht eure Ziele mit Leichtigkeit. Egal ob ihr einen erfahrenen Athlet seid oder gerade erst anfangt, Primal Hydration ist die perfekte Ergänzung für euer Triathlon-Abenteuer. Probiert es noch heute aus und spürt den Unterschied. Alle Infos zu Primal Harvest findet ihr auch in den Shownotes mit dem Code CLARTEXTRIATHLON, alles groß geschrieben. Erhaltet ihr 15% Rabatt auf den einmaligen Kauf und auch beim Abo auf die erste und zweite Abrechnung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CLARTEXTRIATHLON und heute mit einer wirklichen deutschen Triathlon-Legende, Jürgen Zeck. Schön, dass du dabei bist, Jürgen. Hallo, wie geht es dir heute? Ja, hallo nach Deutschland. Ich sitze gerade in Phuket, das ist ja meine Heimat und hier ist ja schon nachmittags und wir hatten heute Morgen schon eine längere Radtour bei 32 Grad. Und ja, ich genieße hier das warme Wetter. Aber es ist nicht nur Genuss, was ich hier mache, sondern ich habe auch hier einen Job. Das wissen wir natürlich. Und ich habe dir ja gerade schon im Vorgespräch erzählt, ich bin jetzt 32 Jahre alt und das erste Mal so richtig von dir und anderen Legenden wie Thomas Hellriegel habe ich so 2015, 2016 gehört. Und ich denke, dass es vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer auch so geht, dass du jetzt nicht ganz so präsent bist. Deswegen würde ich dich mal bitten, wer bist du und was treibst du so in deinem Leben? Ja gut, ich habe Triathlon angefangen 1983, also war einer der Pioniere, habe Mitteldistanzen gemacht, Kurzdistanz, habe dann auch meinen ersten Triathlon gewonnen, war früher Mittelstreckenläufer und war dann total begeistert von dem Triathlon-Boom damals. Wir hatten auch das Gefühl, wir hatten auch das Gefühl, Pioniere zu sein. Und dann 1986 war ich dann Vize-Europameister, 1989 bin ich das erste Mal nach Hawaii und habe mich über eine kürze Distanz in Rot qualifiziert, war dann auf Anhieb Sieb da. Ich habe dann jahrelang Ironman gemacht als Schwerpunkt, zwischendurch auch mal Mitteldistanzen, Europameisterschaften, auch ein paar Medaillen gewonnen über Mitteldistanzen und auch Olympisch, aber Schwerpunkt war Ironman und habe dann eine lange Karriere gemacht bis 2006 und gut acht Ironman gewonnen oder eigentlich sieben volle nur und einmal eine verkürzte. Und habe dann nach meiner Karriere überlegt, was machst du jetzt und habe dann angefangen ein bisschen mit dem Coaching und irgendwann kam ein Jobangebot in Phuket, Thailand, in einem großen Sportcenter zu arbeiten, dort die Triathlon-Akademie aufzubauen. Das war dann 2010. Das habe ich angenommen. Ich dachte, das mache ich nur für ein Jahr, aber mittlerweile bin ich seit 14 Jahren hier. Habe dann 2015 mich selbstständig gemacht, habe dann Z-Coaching gegründet und wir haben eine Trainingsgruppe. Wir haben also ein Non-Stop-Trainingslager das ganze Jahr. Wir bieten 13 bis 15 Einheiten pro Woche an, Non-Stop. Und wir haben ein gutes Level. Wir sind also für, sage ich mal, mittelstarke Age-Grupper bis zum Profi-Level aller Altersstufen und es ist schon sehr ambitioniert, was wir hier machen. Den Eindruck habe ich auch. Und du warst auch unter anderem 1997 Zweiter beim Ironman Hawaii beim Sieg von Thomas Hellriegel. Und auf Platz drei war Lothar Leder, auch in der Triathlon-Szene, sehr, sehr bekannt. Und du hast jetzt gerade gesagt 1983 Triathlon-Boom. Wie bist denn du überhaupt auf die Sportart Triathlon gekommen? Weil man muss ja wirklich sagen, da stand die Sportart ja wirklich noch in ihren Kinderstiefeln. Ja gut, ich habe es erst mal vom Triathlon erfahren von einer Fernsehübertragung 1982. Da wurde im deutschen Fernsehen der ABC oder NBC Report gezeigt vom Kona Ironman. Dave Scott hatte damals gewonnen und ganz herausragend war halt die Szene, wo die führende Julie Moss in Führung liegen, kollabiert ist und krabbelnd auf allen Vieren über die Ziellinie ist. Und auch ein Meter vorm Ziel noch abgefangen wurde. Mein erster Gedanke war, die sind ja alle bekloppt. So was können wir nicht machen. Ich war selber Mittelstreckenläufer, also das hat mich schon interessiert. Aber es war kein Gedanke da, das zu machen. Ich war halt Läufer. Ein Jahr später war ich dann verletzt. Ich hatte eine Achillessehnenreizung. Mein Arzt hat mir empfohlen, mal drei, vier Monate überhaupt keinen Lauf zu machen, mal aufs Radfahren umzusteigen. Das habe ich dann gemacht und Radfahren war so die ungeliebte Disziplin damals. Ich habe das gehasst. Wir haben die Beine wehengetan, der Hintern hat wehgetan. Irgendwann waren die Verletzungen überwunden. Ich hatte dann vier Monate Radfahren in den Beinen. Und dann kam plötzlich die Ankündigung, der erste Triathlon in Koblenz. Einer der ersten Triathlons in Deutschland. Und ich habe mich dann angemeldet, sechs Wochen vorm Rennen. Habe dann noch sechs Wochen vorher mit dem Schwimmtraining begonnen. Hatte gar keine Vorbelastung im Schwimmen. Also ich konnte zwar kraulen, aber habe nie was trainiert. Und habe dann mein Wissen vom Mittelstrecken-Lauftraining dann übertragen aufs Schwimmtraining. Also mit Programmen. Warm schwimmen, Intervalle, Sprints. Und habe dann ohne Ambition den ersten Triathlon mitgemacht in Koblenz. Der hieß damals Rhein-Mosel-Pokal. Das waren 300 oder 500 Meter Schwimmen, 35 Kilometer Radfahren, 12 Kilometer Laufen. Und ich habe dann ganz überraschend, ich war nicht mal 18 Jahre alt. Ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag. Habe ganz überraschend den Wettkampf gewonnen. Und dann war dann dieses Gefühl da, es hat Spaß gemacht. Gewinnen macht immer Spaß. Aber auch vom Körperlichen her hat es unheimlich gut getan. Vorher war ich ja jeden Tag am Laufen. Hatte ständig irgendwelche Probleme. Knieschmerzen, Waden, Zwicken, Achillessehne-Probleme. Und dann durch die Abwechslung, Schwimmen, Radfahren, Laufen, habe ich mich viel wohler gefühlt. Viel kompletter als Athlet. Und auch die Wettkämpfe, die ich dann bestritten hatte, das war einfach Wahnsinn. Das war, man hat neue Leute kennengelernt, Schwimmspezialisten, Radspezialisten, ganz verrückte Typen, die einfach entschieden haben, wir machen jetzt Triathlon. Das war so eine ganz besondere Art von Mensch. Und das hat mich besonders fasziniert. Und dann habe ich dann der Leichtathletik, also den Mittelstreckenlauf. Ich war ja 800 Meter Läufer, 1500 Crossläufer. Habe ich den Rücken zugedreht und war von dort an, war ich halt Triathlet. Ich kann mich da wirklich sehr gut in dich reinfühlen. Ich war früher Schwimmer und im Endeffekt waren die Wettkämpfe dann immer wie folgt. Man ist irgendwo hingefahren, meinetwegen nach Bayreuth. War dann von morgens um acht bis abends um sieben, Samstag und Sonntag in der Schwimmhalle. Ist dann vielleicht vier, fünf Mal geschwommen am Tag. Und das hat mich irgendwann einfach nicht mehr fasziniert. Und wenn ich jetzt so an den Mittelstreckenlauf denke, denke ich an die Leichtathletik. Du hast jetzt gesagt, du warst 800 Meter Läufer, 1500 Meter Läufer. Dann hat man halt seine zwei Rennen. Und dann ist das Ganze wahrscheinlich dann irgendwie auch wieder vorbei. Und beim Triathlon, selbst so ein Sprint-Triathlon, ich finde halt, dass es unwahrscheinlich viele intensive Erlebnisse sind. Und wenn man dann auch eine Olympische macht oder auch mal eine Mitteldistanz oder wenn man dann ganz motiviert ist, eine Langdistanz, dann ist es doch so, dass es so ein unvergessliches Erlebnis wird. Und auch dann dieser Austausch mit den Athleten ist viel, viel intensiver als jetzt beim Schwimmen. Und insofern kann ich mich da echt sehr, sehr gut auch in deine Gefühlslage reinversetzen. Genau. Es war auch was ganz Neues, plötzlich zu Rad fahren und plötzlich mehr Distanz zu machen im Training. Die Heimat zu erkunden auf den Straßen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich dann im Schwimmverein noch angemeldet, weil Schwimmen war ja meine Schwäche. Also ich wäre gerne Schwimmer gewesen, so wie du. Das hätte mir vieles empfohrt, weil ich war ja kein guter Schwimmer am Anfang. Und die Kameradschaft im Schwimmverein hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich war froh, dass ich keine Schwimmwettkämpfe machen musste, sondern habe einfach nur das Schwimmtraining mitgemacht. Das war ganz interessant. Ich habe dann gemerkt, Radfahren, Laufen klappt ganz gut. Im Schwimmen kommst du nicht weiter. Ich muss dann zum besten Schwimmverein. Das war dann der Poseidon Koblenz. Die hatten einen ganz brutal harten Trainer. Der hieß Gernot Klaner. Der hatte also in ganz Deutschland einen Ruf als Schleifer. Ich rufe den an. Er war am Telefon und sagte, hast du Glück? Ich habe deinen Namen gelesen in der Zeitung. Du hast einen Triathlon gewonnen. Ich gebe dir eine Chance. Normalerweise nehme ich nur Wettkampfschwimmer. Ich komme morgen vorbei und dann schauen wir mal. Ich war ganz nervös. Ich komme dann am nächsten Tag zum Schwimmtraining. Da kommt dann der Schwimmtrainer auf mich zu. Er gibt mir nicht mal die Hand. Keine richtige Begrüßung. Und sagt einfach nur, so Bübchen, hör mal zu. Wenn du das Schwimmtraining heute schaffst, darfst du wiederkommen. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns nie wieder. Und dann fragte ich, was ist denn heute das Schwimmprogramm? Dann sagte er, 10 mal 800 auf 12 Minuten Abgangszeit. Wow. Okay. Also. Ich war ja gewohnt, so 2.000 bis 3.000 Meter zu schwimmen. Und plötzlich waren es 8.000 Meter. Und bin dann alle geschwommen, so in 11.30, 11.40 mit 20 bis 30 Sekunden Pause. Und er hatte mich dann auch gelobt. Und ich durfte dann wiederkommen. Und das war halt was ganz Besonderes, dass einer da mitschwimmen kann, der jetzt kein Wettkampffschwimmer ist. Nach einem Monat Schwimmtraining, er hat mich dann auf die Bahn mit den 12- bis 14-jährigen Mädels gesteckt. Die konnten aber die 200 so in 2.12 bis 2.14 schwimmen. Die waren dann trotzdem noch besser als ich. Nach einem Monat hält er mich an, nach dem Aufwärmen, aufwärmen und sagt, hey, Jürgen, du gibst dir ja Mühe. Aber du bist ja ein Hindernis bei uns auf der Bahn. Du machst ja keine Rollwände. Du machst ja keine Brustwände. Ich gehe mal mit der Bianca, das war ein 12-jähriges Mädel, ins Aufwärmbecken. Die bringt dir die Rollwände bei. Du hast eine Stunde. Nach einer Stunde komme ich vorbei. Wenn du es kannst, darfst du bleiben. Wenn du es nicht kannst, sehen wir uns nie wieder. Also es war schon ganz brutal, aber ich muss sagen, da habe ich viel gelernt und bin dann eigentlich aus dem Nichtschwimmer doch noch ganz passabel rausgekommen. Also meine beste Schwimmzeit war 48 Minuten mit Neo über 3,8. Ohne Neo in Hawaii, glaube ich, 51 Minuten. Das war schon ganz gut. Aber jetzt für Spitzengruppe bei ITU-Rennen hat das auch nicht gereicht. Also da war meine Grundschnelligkeit, das war dann auf 100 Meter, aber mal Grad 1,01. Das war dann noch zu langsam. Das weißt du ja auch. Ja, das weiß ich auch. Und ich kann mich da auch so ein bisschen in dich hineinfühlen, weil tatsächlich bin ich erst mit fast 17 Jahren überhaupt zum Schwimmen gekommen und habe es dann halt auch noch auf so Zeiten wie 58 auf 100 Kraul oder 18, 30 auf 1500 Kraul gebracht. Aber dieses Gefühl, dann auf die schlechteste Bahn zu kommen mit Mädels, die halt dann 12 oder 13 waren und eine ganz witzige Story da. Ich bin dann in der gleichen Gruppe geschwommen mit 17 wie Leonie Beck. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Die war dann auch, glaube ich, letztes Jahr mal Weltmeisterin im Freiwasser. Und ja, zu der Zeit waren wir dann so ungefähr auf einem Level. Aber ich musste mich schon ganz schön anstrengen, um da, obwohl ich männlich war und fünf Jahre älter, überhaupt mitzukommen. Und es ist halt einfach so, wenn man im Schwimmen nicht wirklich ganz, ganz früh anfängt, dann ist es ganz schwer, noch ein sehr gutes Level zu erreichen. Wobei es auch die eine oder andere Ausnahme gibt, die trotz hohen Alters dann noch sehr, sehr akzeptable Zeiten schwimmen. Und ich würde sagen, 48 Minuten ist schon ziemlich stark. Und ich fand die Story auch ziemlich unterhaltsam, gerade weil ich glaube, gerade auch in den 80er Jahren, da war die Trainingsmethodik und auch so die Herangehensweise von Coaches doch noch mal eine ganz andere. Mich würde auch interessieren, wie war es denn auch beim Laufen? Wurdest du da auch so geschliffen? Oder wurde da auch eher so hautruft trainiert? Oder wie war da dein Eindruck? Also ich war ja, ganz früher war ich ja Tennisspieler und Fußballspieler als Kind. Und ich war ja auch mit 14 Jugendklubmeister und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, das befriedigt mich nicht. Also am Fußballplatz, auf dem Tennisplatz war ich so ein bisschen eingepfercht, hatte so ein bisschen eine Klaustrophobie und hatte immer den Drang zu laufen. Das war ein Eigenantrieb. Es hat mich niemand dazu überredet. Es gab auch in meinem Freundeskreis kaum jemand, der ein guter Läufer war und dann hat dann der Sportlehrer einen 1000-Meter-Läufer gesucht für Jugend trainiert für Olympia. Das kennst du ja auch noch. Ja. Und ich habe mich dann gemeldet und er schaute mich von oben bis unten an und sagte, Jürgen, du bist ja eigentlich zu kräftig für Mittelstreckenlauf. Du könntest ja eigentlich das Kugelstoßen machen. Ja. Und das hat mich so verletzt, weil ich dachte, Kugelstoßer, die sind alle groß und dick. Und hässlich. Und so wollte ich nicht sein und habe dann so ein bisschen heimlich trainiert und irgendwann gab es dann so schulintern so einen Lauftest und er sagte einfach, die besten zwei oder drei, die kommen in die Schulmannschaft. Und diesen Test habe ich dann gewonnen und der Sportlehrer hat dann später auch gesagt, er hätte mich entdeckt. Dann war ich in der Schulmannschaft, bin dann in so einem kleinen Dorfverein, Leichtathletik, die hatten aber keinen richtigen Lauftrainer und irgendwann bin ich dann nach Rot-Weiß Koblenz und dort war es eine richtige Läuferhochburg. Dort trainierte damals Karl Flächen, der ist in den 70er Jahren schon 27, 39 gelaufen, die 10.000 Meter. Der Hildebrandt trainierte, der war Silber- oder Bronzemedaillengewinner, über 5.000 Meter bei Olympischen Spielen. Und dann war dann eine riesige Trainingsgruppe, wo 15 oder 12 Leute, die 10.000 Meter unter 30 Minuten laufen konnten. Und ich komme dann hin als Teenager und habe mich dann untergeordnet, war nicht mehr in der zweitschnellsten Gruppe, sondern in der drittschnellsten Gruppe drin. Und da habe ich dann richtige Laufdisziplin kennengelernt. Also wir hatten jeden Tag Gruppentraining. Es war sehr abwechslungsreich. Wir hatten keinen designierten Trainer, sondern die Leaderrolle haben die anderen Top-Athleten übernommen. Die haben mich auf die Seite genommen und haben gesagt, Jürgen, komm zu dem Training, komm zu dem anderen, mach da mal ein bisschen weniger, halt dich mal an die Leute, lauf mal die Runde. Das war so gecoacht von den Athleten selbst. Das waren dann halt ein bisschen ältere, erfahrene Langstreckenläufer. Und das war eine sehr gute Trainingsgruppe. Und da habe ich mich dann entwickelt, bin dann die 8 Meter und die in 1,57 gelaufen. Die 1.500 in 4,05. Das war alles mit 16. Gut, und dann im nächsten Jahr kam halt die Verletzung. Also ich habe im Laufen sehr viel gelernt von der Gruppe. Und beim Radfahren war es dann ähnlich. Ich war dann Triathlet und hatte auch vom Radfahren wenig Ahnung und dachte, komm, fahr mal mit zu einer Radgruppe mit. Das waren so ein bisschen ältere Haudegen, die waren alle zwischen 30 und 45 Jahre alt. Und ich kam da an mit 17 Jahren. Für mich waren das alles uralte Männer. Und die haben mir dann das klassische Radfahren beigebracht. Also mit richtigem Verhalten, Etiketten, richtiges Fahren, Radfahren in der Gruppe, Formationsfahren, Renntaktik im Radfahren, starre Narbe im Winter sind wir gefahren. und bin also sehr froh, dass ich dann in den jungen Jahren von den Spezialisten, also von den Schwimmvereinen, von der Radgruppe und auch vom Laufverein sehr viel gelernt habe. Und das ist so ein bisschen, was die heutigen Triathleten eigentlich wenig machen. Die fangen dann mit 12, 13, 14 Jahren Triathlon an und gehen richtig zum Triathlontraining. Und ich habe erst mal die ersten Jahre Lauf, Rad und Schwimmen spezifisch trainiert. Ja. Blöde Frage jetzt an der Stelle. Denkst du, dass deine Herangehensweise sinnvoller ist oder die Herangehensweise, dass man wirklich Triathlon als eine Komplexsportart betrachtet? Beides ist wichtig. Ich glaube, man muss Phasen haben, gerade in den ersten Jahren, wo man viel mit den Spezialisten macht, damit man die richtige Technik lernt, das richtige Verhalten, ein bisschen auch Renninstinkte entwickelt für Rad-Situationen, Tempo-Härte beim Laufen, dass man auch Laufwettkämpfe macht auf der Bahn, Crossläuferstraße. Das ist ganz wichtig. Und ich muss sagen, wenn ich auf die Triathleten schaue, die heute top sind, dann kann ich nur einen Kopf schütteln. Dann sehe ich, die haben nie Schwimmen, die haben nie Radfahren, die haben nie Laufen gelernt. Die würde ich nie als guten Schwimmer, Radfahrer, Läufer bezeichnen. Als Beispiel Sanders. Er ist ja wie ein Nichtschwimmer, auf dem Rad sitzt er wie ein Cowboy und laufen humpelt er. Aber auch von den anderen, okay, ein Sam Laidlow, der schwimmt halt ganz gut technisch, aber ich glaube, wenn der mal auf einer technisch anspruchsvollen Radstrecke fahren muss, richtig technisch, da hat er auch seine Grenzen. Und im Laufen, gut, die laufen jetzt alle gut wegen den Carbon-Schuhen. Der einzige richtige gute Läufer, der noch da vorne mitmischt, ist der Patrick Lange. Der kann halt richtig laufen. Aber das heißt, du würdest sagen, hättest du jetzt quasi das gleiche Material, die gleichen trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse, die gleiche Nutrition, dann könntest du da heute trotzdem noch mithalten? Ah, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also die Schuhe machen auf jeden Fall im Marathon drei, vier Minuten aus, für manche Leute vielleicht sogar fünf Minuten. Das Radmaterial macht ein bisschen was aus, die Räder sind aerodynamischer geworden, auch leichter. Das ist auch nochmal auf 180 Kilometer nochmal drei, vier Minuten. Beim Schwimmen, glaube ich, waren die Neoprenanzüge damals auch schon sehr gut. Aber ich meine, ich habe 7,51 gemacht, heute machen die ja, ich weiß nicht, wie steht der Weltrekord? 7,24 oder sowas, ja. Also da habe ich schon sehr viel Respekt vor, also würde mir das nicht zutrauen und vor allen Dingen, was die auch auf der Olympischen Distanz bringen heute, was die für Schnelligkeit entwickelt haben. Ich war ja ein Ok-Läufer. Ich bin die 10.000 Meter, war Bestzeit 30,29, die 5.000 in 14,41 und dachte, das ist eigentlich richtig flott. Aber heute läuft ja ein Max Studer 28 Minuten tief, ein Alex Yee, die laufen 27,50 in einem reinen Laufwettkampf. Da war ich um zwei Klassen zu langsam. Ja, es ist sehr, sehr interessant. Ich glaube auch Faris, der ja auch im Moment in Thailand-Wald, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, hatte auch so eine Bestzeit um die 31 Minuten rum auf den 10.000 und der hat ja trotzdem mal den Ironman Hawaii gewonnen. Genau, wenn man sich anguckt, Dave Scott, der konnte nie unter 32 Minuten laufen, die 10 Kilometer, ist aber eine 2,41 gelaufen in der Lava-Wüste. Ja. Der war halt extrem angepasst ans Rennen. Der kam mit dem Asphalt, mit der Hitze, mit dem Wind, mit der Lava-Wüste gut zurecht. Der war halt gemacht für Hawaii. Aber er war halt auch kein ganz schneller Radfahrer. Er war kein spritziger Schwimmer. Er war ein guter Schwimmer im Meer. Ja, und einfach in der Hitze einfach unglaublich stark. Wie auch Mark Allen natürlich. Und auch Patrick Lange, der ja auch auf Hawaii regelmäßig seine besten Performances abrufen kann. Genau. Und wie ich eben sagte, der Patrick, das ist einer, der läuft wie ein Läufer, der läuft leichtfüßig, aber er hat ja auch Hilfe angenommen vom Laufspezialisten. Er hat ja nicht nur seinen Triathlon-Trainer, er hat ja auch jahrelang den Wolfgang Schwalm zur Seite. Ein bisschen die Pose-Running-Method, dieses leichtfüßige Laufen vermittelt hat. Und das sieht man auch. Und das ist eine Augenweide, das anzuschauen. Absolut, kann ich mich nur anschließen. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf diese Aussage mit den Spezialisten zurückkommen. wenn du jetzt gesagt hast, einen Lionel Sanders, ich glaube, das ist das beste Beispiel, der kann weder schwimmen noch Radfahren noch Laufen. Und wenn man es jetzt rein optisch anschaut, dann stimme ich dir dazu. Ich muss auch sagen, ich sehe mich selber auch so ein bisschen als so ein Sanders-Typ an, weil das sieht alles andere als ästhetisch aus, aber es ist nicht unbedingt immer langsam. Und würdest du trotzdem sagen, dass dann auch noch in der Sportart Triathlon noch sehr, sehr viel Potenzial ist, wenn die Triathleten, die Top-Athleten, doch noch so weit weg sind, von den Spezialisten in den Einzeldisziplinen? Ja, ich sage mal, vor vielen Jahren kam ja der Umschwung mehr auf dieses wissenschaftliche Training. Es wird ja heute, dann werden die Leistungstests gemacht, dann wissen ja alle ihre FTP, ihre VO2 Max und es wird nach Zahlen trainiert. Und da hat man gesagt, okay, man hat die Triathleten jetzt angehoben von der Trainingswissenschaft. Die trainieren jetzt alle wissenschaftlich. Mittlerweile bin ich aber der Meinung, man müsste wieder mehr zurückgehen, man musste mehr back to the roots, man musste mehr die Technik trainieren, auch denken wie ein Schwimmer, denken wie ein Radfahrer, denken wie ein Läufer und dann das alles wieder zusammenmodeln zum Triathlontraining. Ich glaube, das wäre die nächste Stufe, aber das ist sehr schwer. Da musst du einen Trainer mit Fingerspitzengefühl, da musst du einen Athleten haben, der offen ist für sowas. Da musst du auch dem Athleten mal sagen können, jetzt fährst du mal drei Monate nur auf dem Straßenfahrrad oder du machst mal drei Monate lang Pause mit dem Wattmesser, dass du mal Gefühl entwickelst und das ist sehr schwierig. Die Leute sind so abhängig davon, von Zahlen und von Wissenschaft. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Gibt es für dich schon aktuelle Trainer oder Athleten, die so vielleicht ihrer Zeit ein bisschen voraus sind, die halt diese Kombination machen aus back to the roots, aber auch wissenschaftlichem Training? Immer wieder mal, also ich habe ja auch jahrelang Imogen Simmons trainiert, die ja dritte war bei der Weltmeisterschaft in Nizza vor Jahren. Die habe ich eigentlich mir dahin gebracht, dass sie ein Körpergefühl entwickelt und ich trainiere jetzt auch die besten südostasischen, asiatischen jungen Athleten und das sind für mich die ganzen Wattleistungen. Da gucke ich zwar drauf, damit ich dann Überblick habe, aber ich versuche die dazu zu bringen, dass die ein Gefühl entwickeln, wie fährt man flüssig in der Gruppe, wie wechselt man sich ab, was sind taktische Manöver, die ich brauche, gerade bei ATU-Drafting-Rennen, dass sie so ein bisschen ja sich doch erst mal zum Schwimmer, Radfahrer, Läufer entwickeln und dann Jahre später kann man dann sagen, okay, jetzt gucken wir mehr auf die Zahlen und gucken wir mehr auf die Wissenschaft. Ja, es ist ein interessanter Ansatz und ich glaube, ich habe eigentlich schon für diesen Podcast das Zitat, was ich dann so herausstellen werde auf Social Media und wenn du jetzt auch auf deine eigene Karriere nochmal zurückblickst, vor allem dann, als du dann Profisportler warst, als du dann deine besten Zeiten auf Hawaii erreicht hast und so weiter, wie sah denn damals das Training aus und auch rückblickend jetzt, wie beurteilst du dieses Training, was du damals absolviert hast? Ja gut, ich habe ja sehr viel mit Wolfgang Dietrich trainiert, ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Sagt mir was, ja. Der war ja damals schnellster Schwimmer im Triathlon, mit Norman Stadler jahrelang trainiert in San Diego, das waren so meine Haupttrainingspartner und ich würde die beiden auch als besten Trainingspartner bezeichnen, die ich jemals hatte. Wir haben sehr viel schon polarisiert trainiert, der Thomas Hellriegel war ganz anders, das war so ein Grauzonen-Trainierer, der hat alles im Laufen immer zwischen 3,30 und 4 Minuten Tempo gemacht und Radtouren immer 34 bis 38er Tempo, wir haben anders trainiert, also wir haben sehr viele lockere, lange Sachen gemacht, wir haben sehr viele Temposachen gemacht, Bergläufe, Maximalsprints und das, was heute eigentlich trainiert wird, das haben wir schon vor 15, 20, 25 Jahren gemacht, also ich will aber damit sagen, dass mein Training vielleicht anders war, als das von Hellriegel, der Lothar Leder war auch so ein bisschen offen, der hat auch ein bisschen Schnelligkeit und lockere, lange Sachen kombiniert, aber da gab es sehr viele Profiathleten, die haben einfach nur Kilometer geschrubbt, Kilometer gesammelt und haben über Umfang viel gemacht, aber mein Training war schon anders, also ich habe als Ironman-Athlet dennoch einmal die Woche 15x200 auf der Bahn gemacht als Beispiel oder 10- bis 12x1000 Meter Intervalle. Ich habe auf dem Rad die langen Intervalle gemacht, im Ironman-Tempo, ich habe aber auch Intervalle gemacht, die waren über dem FTP-Wert knapp, habe auch Maximalbelastungen gemacht, auch Sprints, 30-Sekunden-Sprints, Minutenbelastungen maximal, also all das, was viele anderen damals nicht gemacht haben, also ich würde sagen, das Training war schon sehr abwechslungsreich und ich habe dann auch durch meine Trainingslager im Ausland, in San Diego, das war ja so mein Trainingsdomizil zwischen 1989 bis 2006, da hatte ich die Gelegenheit mit vielen anderen Top-Athleten zu trainieren, also Mark Allen, Scott Tinley, Paul-Andy Bufreser, Scott Molina, Simon Lessing, Spencer Smith, die waren alle da und jeder hat seine eigenen Trainingsideen mitgebracht, es wurde sehr viel zusammentrainiert, im Schnitt würde ich sagen, dass 80% des Trainings der Leute wurde zusammen gemacht in der Gruppe und 20% wurde alleine gemacht und da habe ich also von den anderen Athleten auch sehr viel gelernt. Kann ich mir absolut vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel den Norman Stadler herausnehmen, was hast du von ihm lernen können beispielsweise? Ja gut, ich würde sagen, der Norman kam ja, der war ja jünger, der war ja auch im Aufstreben, der hatte damals noch nicht die großen Erfolge, der sagte einfach, Jürgen, ich komme nach San Diego, ich mache das Training mit und dann haben wir das besprochen und wir waren auf einer Wellenlänge, der wurde ja auch, sag ich mal, geprägt von seinem Vater, das war auch so ein Oldschool-Trainer und der hat, ich glaube, sich mal in dem Training angepasst. Was ich von ihm aber gelernt habe, war, wieder zurückzufinden zu einfach nur aufs Training konzentrieren. Kein Bullshit im Training, man spricht drüber, was wird gemacht und dann hält man sich dran und der Norman war halt der Meister der Konsistenz, der war auch der Meister des gesunden Lebenswandels. Der Norman ist jeden Abend früh ins Bett gegangen, der hat jeden Abend gesund gegessen, Salate, selber gekocht. Ich war da ein bisschen anders strukturiert, ich bin dann der gewesen, der ist abends noch mal in der Kneipe, in der Diskothek, hat Spaß gehabt, der hat auch mal Tieffrut gegessen, der hat auch mal eine Zigarette geraucht und zwei Bier zu viel getrunken und der Norman war der, wo ich gesagt habe, nee, der macht es richtig, der macht keinen Fehler und gut, hätte das vielleicht ein paar Jahre mal früher erleben sollen, seinen Lebenswandel, aber der Norman, muss ich sagen, das war ein Sportsmann durch und durch, voll konzentriert. Ja, er hat auch Hawaii zweimal gewonnen, 2004 und 2006, aber wenn man trotz, sag ich mal in Anführungsstrichen, weniger Professionalität, zweiter auf Hawaii wird, dann hat man, glaube ich, trotzdem vieles richtig gemacht. Ja, gut, ich war ja auch mit dem zweiten Platz, muss ich sagen, sehr zufrieden. Ich bin nach Hawaii und habe gemerkt, die Hitze, diese Lavafelder, der Asphalt, das liegt mir nicht. und für mich war einfach nur wichtig, dass ich dabei bin und hatte nie die Ambition oder nie den realistischen Gedanken gehabt, das Ding kannst du gewinnen. Direkt gewusst, rot liegt mir mehr und Hawaii, da kannst du einfach froh sein, wenn du vorne mitmischen kannst. Und deswegen war dieser zweite Platz für mich einfach ein großer Erfolg und ich habe es dem Thomas damals auch gegönnt. Der Thomas hat hart dafür gearbeitet. der war ja auch zweimal vorher schon zweiter, immer knapp geschlagen, einmal von Mark Allen, einmal von Luke van Lerde und ich habe halt direkt gemerkt, dass Leute wie Thomas, Luke van Lerde, Mark Allen, Dave Scott oder auch Craig Welch, Peter Reed, dass die einfach viel besser geeignet sind für Hawaii. Und hast du dann irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen oder irgendwie im Training was besser zu machen in der Vorbereitung, um an dieser Schwäche zu arbeiten? Ja gut, ich habe immer ein drängens dummes Ziel nach San Diego verlegt und San Diego ist dann nicht weit weg von Hawaii und dachte, naja, wenn du dann schon mal vor Hawaii in der Wärme trainieren kannst, da hast du die Hitzeanpassung. Aber ich bin halt einfach nicht gemacht für diese feuchte Hitze. Die Wärme in San Diego war noch erträglich, da war weniger Luftfeuchtigkeit, aber wenn die Luftfeuchtigkeit auf 80, 90 Prozent geht, da muss ich einfach realistisch sein. Das ist nicht so mein Ding. Ja, dem einen liegt es besser, dem anderen liegt es schlechter. Würdest du trotzdem sagen, dass dieser zweite Platz auf Hawaii auch dein größter sportlicher Erfolg war in deiner Karriere? Ja, kann man schon sagen, zumal ja auch noch ein Missgeschick dazu kam. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe ja damals meinen Helmverschluss verloren. Habe ich gelesen, ja. Ich habe die Noten in der Wechselzone verloren und angesichts dieses großen Verlustes dann dennoch die Nerven zu behalten und Zweiter zu werden. Gut, im Endeffekt war der Thomas sieben Minuten vor mir. Der hat ein super Rennen hingelegt, aber ich war zufrieden. Und wir hatten einen Dreifacherfolg. Wir haben uns riesig gefreut. Und wie gesagt, der Thomas war ein guter Freund und ich habe den Sieg gegönnt. Er hat es auf jeden Fall verdient. So, und jetzt erwartet euch eine kleine Werbung mit unserem zweiten Präsenter Fieslike. Und Sebi, du hast ja letztes Jahr auch schon sehr positive Erfahrungen mit Fieslike machen können, nämlich nach deinem Sturz bei dem Weltcup in Italien in Scano. Ja, genau. Ich habe die Jungs ein paar Wochen davor das erste Mal persönlich auf der Messe in Rot kennengelernt. und da kam es tatsächlich schon zu der ersten praktikablen Anwendung, weil da witzigerweise ein Physio auf dem Messegelände war, der dann gleich das Muscle-Komplex zum Massieren bei mir verwendet hat. Das hat sich schon richtig geil angefühlt. Ich hatte ja einen relativ harten Trainingsblock gerade. Ich bin auf einem Long Run gekommen und muss echt sagen, da war ich schon sehr überzeugt davon. Ja, und dann war eben ein paar Wochen später, wie du gerade angesprochen hast, in Scano bei den Mixteria-Rennen leider dann eher ein nicht so cooles Ereignis. Da bin ich relativ schwer gestürzt, hat mir dabei auch den kleinen Finger gebrochen und war dann auch ziemlich lädiert, hatte viele offene Wunden und genau hab dann da das Wundbeisam auch gleich mit anwenden können und da muss ich wirklich sagen, war ich super positiv überrascht, wie gut das die Wundheilung beschleunigt hat und halt auch die Narbenbildung verhindert hat. Aber dir schaut es jetzt leider gerade ähnlich aus. Hast du auch schon erste positive Effekte erfahren können? Ich kann mich nur anschließen, ich hab's jetzt in den letzten Tagen ausprobiert, natürlich kann ich jetzt noch kein endgültiges Urteil mir abgeben, aber ich hab schon den Eindruck, dass einfach die Haut so ein bisschen mehr Vitalität kriegt und auch wieder ein bisschen besser fettet und ich glaube, dass da das Produkt sicherlich hilft und wenn auch ihr euch jetzt einen eigenen Eindruck von FeelsLike und den Produkten bilden wollt, findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Wir haben auch einen Rabattcode Klartext 10 und ja, jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Ja, sehr fair und ich hab gehört, dass ihr dann auch zusammen im aktuellen Sportstudio wart, als erste Triathleten überhaupt. Also, was hat auch dieser dreifache Erfolg von Lothar, Thomas und dir so mit der Sportart Triathlon in Deutschland gemacht? Ja, es gab schon einen Boom, also das war ja was ganz Besonderes. Wir waren im aktuellen Sportstudio, wir waren auch in der Sendung Menschen 97, das war ja vom Kerner moderiert, waren wir alle drei eingeladen, das war schon sehr wichtig, aber es gab immer wieder mal so Phasen in der Triathlon-Geschichte, wo es so Charakterköpfe gab, die durch ihre Leistung oder durch ihre Art den Triathlon nach vorn gebracht haben. Das war ganz am Anfang so der Detlef Kühnel, der einer der ersten war, der in Hawaii gestartet ist, das war ja dann der Veranstalter vom Ironman in Rot, das war dann später der Dirk Aschmuneit und ich, das war ja, Dirk Aschmuneit war der German Rambo und ich war einfach nur der Bub. Später war es halt Lothar, Thomas und ich, dann später kamen dann der Norman, der Faris, der Patrick und dann natürlich nicht zu vergessen Kühnel und vor allen Dingen Jan Frodeno. die haben immer wieder in Schüben den Triathlon vorwärts gebracht und deswegen, ich glaube, wegen diesen ganzen Namen ist auch Triathlon in Deutschland populär und deswegen haben wir auch sehr viele gute Ironman-Athleten und sehr viele Ironman-Sieger in der Ergebnisliste drin. Ja, mittlerweile schon und war das vor, also welche Bedeutung hatte Triathlon in Deutschland vor 1997? Also war das schon so ein positiver Wendepunkt für den Triathlon, dieser Dreifacherfolg? Auf jeden Fall, aber man darf nicht unterschätzen, ganz am Anfang war Triathlon auch schon sehr populär. Du musst dir überlegen, 1983 war der erste Triathlon in Koblenz, das war der zweite oder dritte Triathlon in Deutschland überhaupt und wir hatten ARD und ZDF, die darüber berichtet haben, was normal ungewöhnlich ist, entweder macht es nur ARD oder nur ZDF, die haben beide einen Bericht gebracht, wir hatten 1000 Teilnehmer und wir hatten 10.000 Zuschauer am Deutschen Eck in Koblenz. Also es war von Anfang an schon recht viel los und dann gab es auch diese Rennen, ich erinnere mich dran, in Holland, in Stein, da waren 100.000 Zuschauer an der Strecke 1988. Also es gab schon in den Anfangsjahren schon sehr viele publikumsfreundliche Rennen und sehr große Teilnehmerzahlen und auch Medieninteressen. Ja, ich denke, das liegt halt einfach daran, dass diese Ironman-Distanz vor allem so unvorstellbar für viele ist und wenn halt du den Leuten erzählst, ja, ich habe schon mal einen Ironman gemacht, das merke ich ja auch immer selbst, wenn ich das tue, dann egal, ob du den in 15 Stunden finischst, in 10 oder in 8, das ist denen eigentlich egal, du bist für die von einem Moment auf den nächsten ein Supersportler. Ich sage dann immer ja, so besonders ist es jetzt auch nicht, wenn du dir jetzt vielleicht ein Jahr Zeit nimmst und ordentlich trainierst, dann wirst du auch in der Lage sein, das zu finishen, aber die Leute glauben einem das dann einfach gar nicht und so erkläre ich mir halt auch, dass diese Faszination für den Triathlon schon so früh da war, obwohl die Sportart ja wirklich noch sehr, sehr jung ist. Genau, also genau so ist es, aber ich bin halt mehr so der Befürworter des gesunden Aufbaus. Also ich finde es nicht gut, wenn jemand Triathlon anfängt und direkt nach einem Jahr sagt, ich mache jetzt mal Ironman. Ich habe ja sieben Jahre gebraucht bis zu meinem ersten Ironman. Ich bin der Meinung, die Leute sollten erst mal Sprintdistanzen machen, Olympisch, Mitteldistanzen. vor allen Dingen die jungen Leute. Also wenn die jungen Leute zu früh auf Ironman steigen, dann verlieren die ein bisschen Schnelligkeit, Spritzigkeit. Also ich finde, alle Teenager sollten erst mal Sprintdriathlon machen und gar nicht an die langen Distanzen denken. Bin ich absolut deiner Meinung und ich habe mir auch, wie viele Jahre habe ich mir Zeit gelassen? Also vom ersten Triathlon bis zur langen Distanz waren es tatsächlich sieben Jahre und insofern habe ich da, glaube ich, viel richtig gemacht. Aber ja, ich habe jetzt erst letzte Woche dann hier auf Gran Canaria einen kennengelernt, der dann den Ironman Frankfurt gemacht hat und das war halt wirklich so sieben Monate Vorbereitung, einmal im Leben, 14 Stunden, er ist zufrieden. Aber ja, ich habe da auch einen anderen Ansatz, aber muss halt auch irgendwie jeder selbst wissen und ich glaube, einen Ironman kann man dann wahrscheinlich auch gesund verkraften, aber ich bin da auch eher Fan wirklich von einem langfristigen Aufbau. Aber reden wir weiter über deine sportliche Karriere. 97 haben wir jetzt angesprochen. Du hast ja noch bis 2006 aktiv als Profisportler gearbeitet. Nimm uns nochmal ganz kurz mit in die Highlights und dann auch die Entscheidung fürs Karriereende. Ja gut, die Highlights, die Highlights mal auflisten, okay, deutscher Meistertitel, Silber-Bronzen-Medaille in den Europameisterschaften, sieben Ironman-Siege, das war fünfmal in Rot, das war ja damals noch Ironman, zweimal in Österreich, einmal Australien, in Hawaii, zweiter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter, elfter, dreizehnder, das waren alles Highlights für mich. Und dann die 7,51, dann war später auch nochmal eine 7,56 in Rot und dann das Sieg in Zofingen beim Powermann und dann war auch die letzten Jahre, war dann auch die Luft raus, also da habe ich gemerkt, das machst du jetzt einfach nur noch als Lifestyle und als ich dann aufgehört habe mit dem Sport, dann habe ich auch erst mal jahrelang wenig trainiert, also ich habe erst mal gar nichts gemacht ein Jahr und dann im Coaching angefangen, einen Online-Shop aufgemacht und dann erst als dieses Jobangebot kam nach Thailand 2010 in Phuket zu arbeiten für einen riesengroßen Sportclub, der heißt Tanjapura, dort sollte ich dann die Triathlon-Akademie aufbauen, dann kam ich wieder mehr an die Triathlon-Szene ran, da habe ich wieder mittrainiert und mein Job als Trainer beinhaltet auch, dass ich dann mit den Athleten selber Rad fahre, dass ich beim Lauftraining auch mal mitlaufe, dass ich beim Schwimmtraining im Open-Water-Swim auch mitschwimme und dann kam ich ja noch mal in Form und habe dann auch als Age-Gruppe noch mal ein paar Rennen gemacht und genieße jetzt diesen Lifestyle. Wir haben 13 bis 15 Trainingseinheiten hier in Phuket bei Z-Coaching und ich komme selber auf 15 bis 18, 19 Stunden Training pro Woche, das ist für einen 58-Jährigen noch ganz gut und trainiere mal bei den schnellen Leuten mit, bei den langsamen, bei den mittleren Leuten und bin für mein Alter noch recht fit, aber um jetzt, sage ich mal, die AK zu gewinnen, Weltmeisterschaft, da müsste ich jetzt noch mal ein halbes Jahr speziell drauf trainieren, aber das ist auch nicht meine Ambitionen, also ich bin froh, wenn ich hier den lokalen Poker-Triathlon mitmachen kann und dort meine Alterslasse gewinne oder vielleicht mal irgendwann noch mal eine Mitteldistanz mache, vielleicht auch eine 4,40 noch mal anpeile, das wäre ja dann mit 58 Jahren noch mal eine gute Zeit, aber um jetzt AK-Weltmeister zu werden, da muss man dann noch mal zehn Minuten schneller sein und das ist nicht mal meine Ambition. Mein sportlicher Ehrgeiz, der ist jetzt ganz anders, also ich bin froh, wenn die Athleten einen guten Lifestyle haben, wenn ich hier viele internationale Athleten zusammenraufen kann, die alle Spaß haben, die alle zusammen trainieren, das ist so ein bisschen Völkerverständigung und wenn dann der eine oder andere mal gut wird, wir haben ja den thailändischen Meister im Sprint-Triathlon, wir haben Nationalmannschaftsathleten aus Indonesien und Vietnam, wir haben ab und zu mal Profis, wir haben den Michel Rählert gerade hier, wir hatten den Fahres gestern beim Schwimmtraining, Fahres Al-Sultan, wenn dann ab und zu mal ein Profi mittrainiert, das macht dann auch Spaß und das ist einfach, ich habe also meinen Hobbit zum Beruf gemacht. Ja, das klingt richtig, richtig gut und ich würde aber gerne auch noch mal diese direkte Zeit nach dem Karriereende so ansprechen wollen, weil ich halt schon auch beobachte, es gibt Athleten, denen fällt es sehr, sehr leicht, andere Athleten tun sich sehr, sehr schwer nach der Karriere dann wirklich wieder Fuß im Leben zu fassen. Ja, wie war dann diese Zäsur des Karriereendes für dich? Also wie hast du dich auch emotional gefühlt und wie hast du dann auch dich persönlich im Leben neu aufstellen wollen? Okay, ich habe dann erstmal die Entscheidung getroffen, jetzt musste man nicht trainieren und bin dann radikal von 30, 35 Stunden Training pro Woche runter auf drei Stunden und habe auch nur dann trainiert, wenn schönes Wetter war und nur dann trainiert, wenn ich mich verabreden konnte mit anderen Leuten und man hatte mir dann prophezeit, Jürgen, das geht nicht gut, du musst mehr machen, du musst ein bisschen abtrainieren, du wirst wahrscheinlich zehn Kilo zunehmen innerhalb kürzester Zeit und nichts davon ist passiert. Ich habe mich wohlgefühlt, ich habe vielleicht ein, zwei Kilo zugenommen und habe dann zwei Jahre lang ja, also wirklich wenig gemacht. Also ich habe dann mehr Party gemacht, habe dann im Aktienmarkt mich betätigt, war dann so ein Aktienmarktzocker, habe dann überlegt, okay, du musst ja schon nochmal was machen, dann kam der Online-Shop mit dem Coaching, was dann so langsam anfing, dann kamen die ersten Jobangebote bei Canyon Sport, Produktmanager, bei einem Veranstalter, der mehrere Rennen im Jahr macht, mit einsteigen und ich war dann froh, dass das Angebot von Puget kam, weil das liegt mir auch und ich war immer ein Fan von Puget, bin seit 97, bin ich in Puget zum Trainieren, zum Urlaub, zum Laguna-Puget-Triathlon und habe dann gemerkt, hier kann was passieren, hier ist so ein bisschen auch eine Drehscheibe des Triathlons, wir sind hier nah an Singapur, nah an Hongkong, Australien ist nicht so weit, hier ist das ganze Jahr gutes Wetter, hier kann man gut Rad fahren, die Straßen sind gut, hier gibt es viele Schwimmbäder, hier gibt es 400 Meter oder 500 Meter Tag dann Rundbar, Stadion, Trecken, man kann im Meer gut schwimmen und bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, also hier ist schon mittlerweile ein Mecker für Triathlon-Training. Ja, da wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen, über deinen neuen Wohnort oder was heißt neuen Wohnort, mittlerweile ist es ja schon seit 14 Jahren dein Wohnort, Thailand, weil es ist ja schon so, in Europa oder in den USA oder auch in Australien ist der Triathlon schon eine richtig, richtig große Nummer, Thailand habe ich jetzt in den letzten Jahren halt immer wieder so als Trainingslager-Destination wahrgenommen, zum Beispiel halt für Michael Rehlert oder auch für einen Fahrers Al-Sultan, nichtsdestotrotz ist es ja so, dass der Triathlonsport in Asien doch im Vergleich zu Europa oder den USA noch so ein bisschen am hinterherhinken ist und ich glaube, die einfachste Möglichkeit für einen europäischen Athleten, sich für Hawaii zu qualifizieren, ist wahrscheinlich irgendwie auf die Philippinen zu fahren und dort den Ironman zu finishen und da mit einer möglichst guten Zeit und ja, deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant, da von dir auch die Einblicke direkt vor Ort zu erhalten. Ja, also wir haben schon eine große Triathlon-Szene, also es gibt sehr viele Triathläten hier, wir hatten ja auch im Februar den 70.3 Ironman in Bangsan mit 2.200 Teilnehmern, glaube ich. Das Rennen war auch innerhalb von drei Tagen ausgebucht und das war top organisiert, die ganze Radstrecke, 90 Kilometer, war komplett gesperrt für den Straßenverkehr sowie auch die Laufstrecke. Wir haben den Laguna-Poket-Triathlon jedes Jahr, wo immer ein paar Profis hier hinkommen und zum Trainieren hatten wir auch den Patrick Lange hier und die norwegische Nationalmannschaft, die war hier für einen Monat mit Blumenfeld und Eden und die haben dann auch mit uns sehr viel trainiert und ich habe denen dann auch die ganze Logistik dann organisiert vom Trainingslager und die sagten dann, das war das beste Trainingslager, was sie je gemacht haben, weil sie einfach die Atmosphäre hier genossen haben. Der Grund, warum in Südostasien noch keine Top-Athleten rauskamen, die sind wirklich zweitklassig, drittklassig, liegt an vielen Faktoren. Hauptfaktor ist einfach der Verband, der macht nichts, also hier ist keine Unterstützung vom Verband, die Kinder müssen einfach entweder von sich aus oder mit Hilfe der Eltern oder es gibt auch mal Privatschulen, die so ein bisschen Förderungsprogramme haben und dann musst du ja auch Glück haben, dass du halt talentierte Kinder findest, die einen Schwimm-Background haben, wo die Familie mitspielt, wo auch ein bisschen Geld da ist, dass man sich den Sport finanzieren kann und das ist halt hier leider nicht der Fall. Deswegen haben wir hier mit Z-Coaching ja vor kurzem eine Stiftung gegründet, die Z-Coaching Foundation und die ganzen Spendergelder gehen 100% in die jungen Athleten, also Athleten unter 21. Das sind hauptsächlich Thailänder, aber auch Indonesier, aus Malaysia, Vietnam und wir haben auch eine Französin und eine Schweizerin, die wir dann auch mit unterstützen, das sind 16-jährige Mädels, die wollen wir dann nicht diskriminieren und ausschließen, sondern die sind auch dabei und wir zahlen halt die Stadtgebühren, wir zahlen die Reisekosten, wir zahlen auch mal was vom Equipment, wir kümmern uns auch drum über die Ausbildung der Athleten, also wer jetzt Englisch lernen möchte als thailändischer Athlet, dann zahlen wir den Englischkurs, also das ist ein Rundum-Programm und da sind wir jetzt ganz stolz, dass wir so ein bisschen am Anlaufen und das ist aber getrennt von Z-Coaching, das nennt sich zwar Z-Coaching Foundation, aber wir haben dann die Dimity Lee Duke, das ist eine Profi-Athlet aus Australien, die leitet die Foundation, ich sitze nur im Board mit drin, wir haben sechs Board-Members, das sind drei Thailänder, drei Ausländer, und da geht jede Einnahme, jede Ausgabe muss erstmal abgehakt werden und es wird alles demokratisch und ja, alles demokratisch entschieden. Ja, finde ich ein super Projekt, weil das halt dann auch den Triathlonsport in Thailand, in Südostasien fördert und ich sehe es halt schon ein bisschen problematisch an, wenn man jetzt wirklich mal auf die Sportartriathlon von außen drauf blickt, es sind vor allem halt wohlhabende Leute in dem Sport aktiv und dann auch vor allem Leute aus wohlhabenden Nationen. Thailand ist jetzt sicherlich nicht ein super armes Land, aber es ist sicherlich auch im Gesamten noch nicht auf dem Niveau jetzt von den USA, Deutschland oder Norwegen und insofern und insofern finde ich das gut, dass da halt von euch dann auch diese Initiative kommt. Genau, genau. Es gibt hier sehr viele Triathleten, die Geld haben, das sind aber dann oft nicht die, die jung sind und talentiert sind. Ja, kann ich mir vorstellen und ja, generell würde mich auch interessieren, wie ist denn so das Leben auf Thailand? Bist du jetzt in Anführungsstrichen schon in einer Bubble von eher wohlhabenden Leuten? Wie eng ist auch der Kontakt mit der, ich nenne es jetzt mal normalen Bevölkerung? Also zeichne uns da mal so ein Bild von den Lebensbedingungen in Thailand. Also das ist bei mir ein gesunder Misch aus allem. 80% meines Lebens oder noch mehr dreht sich um den Triathlon. Mein soziales Umfeld sind auch die Triathleten. Also ich bin jetzt auch gerade im Moment auf einer Privatparty. Wir hatten heute morgen die lange Radtour. in der Poolvilla. Wir haben da nebendran, deswegen hört man vielleicht auch Hintergrundgeräusche. Ja. Athleten, die dann halt heute Nachmittag was essen oder auch mal ein Bierchen trinken schon. Und mein Leben sind halt die Triathleten. Aber wir haben in der Triathlon-Gruppe ja auch sehr viele Thailänder. Wir haben sehr viele lokale Thailänder, die hier aus dem Dorf kommen. Und das sind ja auch dann nicht nur Buddhisten. Wir haben auch hier eine sehr große muslimische Community bei uns in Phuket jetzt gerade Ramadan machen. Und da ist man schon integriert. Also man hat dann einen Freundeskreis aus Europäern, Asiaten, aus anderen Ländern und Thailänder, aus allen Altersstufen. Und das ist auch das Reizvolle. Also wir haben hier zum Beispiel letzten Mittwoch hatten hatten 65 Athleten beim Lauftraining auf der Bahn. Heute Morgen ungefähr 45 Athleten beim Radfahren und da war von 16 bis 68 Jahre alles dabei. Aus allen möglichen Ländern. Und das ist so, mein Umfeld. Das ist einfach international und das Leben hätte ich in Deutschland nicht. Und das ist das, was mir einfach Spaß macht. Man hat ständig neue Leute um sich rum. Du kannst ja auch als Australier oder als Argentinier oder Ukrainer oder Inder kannst dir nach Phuket kommen, kommst zum Triathlon Training und bist vom ersten Tag an integriert in eine Triathlon Familie, wo wir nicht nur zusammen trainieren, sondern auch das Soziale wird mit organisiert. Wir gehen nach dem Training in Coffeeshop oder in eine Salatbar. Wir gehen abends oder eine Strandbar, wo Live-Musik angeboten wird. Es ist nicht nur das Triathlon Training selbst, sondern auch die ganzen Aktivitäten drumherum. Das ist auch Teil meiner Aufgabe. Ich finde es so cool, dir zuzuhören. Ich lebe im Moment in Kran Kanaia. Das ist auch multikulturell. Ich spreche jeden Tag vier Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch natürlich. Ich habe so viel mitnehmen können, auch einen ganz anderen Zugang zu Leuten, die Moslems sind, gefunden. Ich kann mich da total gut reinfüllen. Auch hier spielt das Alter viel weniger eine Rolle. Ich habe Freunde, die sind um die 50, aber ich habe auch Freunde, die sind 18 oder 19 hier. Ich finde es einfach nur mega bereichernd, aus den unterschiedlichen Altersklassen Impulse zu bekommen. Das scheint bei dir sehr ähnlich zu sein. Richtig, richtig stark. Die Trainings und klimatischen Bedingungen in Thailand, wie würdest du die beschreiben? Ich habe gehört, es gibt ja auch eine Regenzeit. Im Moment ist, glaube ich, die Zeit perfekt fürs Training. glaube ich, keine Regenzeit, sondern schön trocken meistens. Genau, hier in Phuket haben wir eine Trockenzeit, die geht von November bis Ende April. Da regnet es dann fast nie und die Temperaturen sind so zwischen 27 und 32 Grad. Es gibt auch mal Tage, wo wir mal 34, 35 Grad haben für eine Stunde, aber es ist noch erträglich und wir haben ja auch das Meer und deswegen immer wieder frische Luft. Und dann kommt die Regenzeit, dann wird die Temperatur vielleicht mal zwei Grad kühler. Es regnet, es regnet mal eine halbe Stunde am Tag, das war's. Es kann auch mal sechs bis acht Stunden nonstop regnen, aber wir fahren auch im Regenfahrrad, wir fahren also immer, es sei denn, es ist Regen und Sturm, was vielleicht nur zweimal im Jahr passiert, oder es regnet so viel, dass die Straßen überflutet sind. Wir können auch dann im Meer auch nur in der Trockenzeit trainieren, weil in der Regenzeit das Meer etwas aufgewühlter wird. Wir haben aber dafür noch andere Schwimmmöglichkeiten, wir haben ja neben dem Schwimmbecken und dem Meer auch noch eine Lagune, das ist ein Süßwasserpool und da haben wir eine 300 Meter Runde, das ist traumhaft, das heißt Blue Tree, kann man mal googeln, Blue Tree in Phuket, das ist einfach perfekte Open Water Schwimmmöglichkeiten mit ganz sauberem Wasser und das können wir auch das ganze Jahr über nutzen und abends ist immer noch hier 24, 25 Grad, man brauche keine Klamotten, man trägt nur T-Shirt und kurze Hosen und also ich gebe für die Klamotten fast überhaupt kein Geld aus, das spielt doch hier überhaupt keine Rolle in Phuket, hier kannst du mit kurzer Hose überall hingehen, hier gibt es selten einen Dresscode und das gefällt mir auch ganz gut. Sehr, sehr freies Leben und ich muss wirklich sagen, ich habe richtig, richtig Bock jetzt auch nach Phuket mal zu kommen und vielleicht können wir dann auch mal gemeinsam ein Camp machen. Noch kurz zu deinem Coaching, bevor wir dann auch so langsam zum Ende unseres Podcasts ankommen, siehst du dich, also hast du so eine bestimmte Coaching-Philosophie, der du dich verschrieben hast und wie definierst du auch deine Aufgabe als Coach? Also für mich ist wichtig als Trainer, dass ich das Training so gestalte, dass der Athlet halt befriedigt wird mit seinen Bedürfnissen. Es gibt ja Athleten, die machen das aus Spaß, Lifestyle, die wollen einfach nur fit sein, die kriegen dann ihr Entspressensprogramm, es gibt aber auch die Athleten, die wollen die Hawaii-Quali, das sind junge Athleten manchmal, die sagen, ich will irgendwann mal Weltmeister werden und die kriegen alle ihren Plan angepasst an ihre Ziele und dann an ihr Umfeld, also es gibt ja Leute, die haben einen Job Fulltime, die meisten, es gibt Leute, die wohnen irgendwo mitten in einer Großstadt, wo sie eingeschränkt sind, es gibt Leute, die haben gesundheitlich vielleicht auch Einschränkungen, generell würde ich sagen, bin ich ein Trainer, der ein bisschen so oldschool ist, also ich versuche die Athleten schon wieder ans Körpergefühl ranzuführen, die Zahlen sind auch wichtig, gerade wenn man Online-Coaching macht, dann muss man sich halt darauf verlassen können, dass die Wattleistungen stimmen, dass man auch die Schwellen kennt der Athleten oder beim Radfahren FTP ist ganz wichtig und was auch besonders ist an meinem Training, es ist sehr abwechslungsreich, also ich bin jetzt keiner, der immer nur stur das Gleiche macht, der Woche für Woche wiederholt, es ist sehr viel Abwechslung drin, sehr viele unterschiedliche Trainingselemente und sehr polarisiert, also ich bin so ein Anhänger von Grundlagentraining, das heißt ist Grundlage, das ist GA1, GA2, das muss locker sein und wenn Intensität kommt, dann muss doch wirklich mal geballert werden und das glaube ich ist so charakteristisch für mein Training, dass ich also sehr polarisiert die Leute trainiere. Ja, es ist interessant, dass du dich selber als Oldschool bezeichnest, aber auf der anderen Seite war ja jetzt vor allem so in den Jahren 2017 bis 21 das polarisierte Training so, der neueste Shit und ich musste auch vorhin tatsächlich so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, wir haben auch schon vor 25, 30 Jahren quasi polarisiert trainiert und ich habe immer das Gefühl in der Sportwissenschaft werden dann so Trends zur neuesten Wissenschaft erklärt, obwohl es das eigentlich früher eh schon gegeben hat und das habe ich auch immer beim Schwimmen festgestellt. Genau, es gibt keine Trainingsanheit, keine Trainingsmethode, die wir damals nicht schon gemacht haben, also wir haben damals auch Bergläufe gemacht, wir haben Kraftausdauer am Berg gemacht beim Radfahren, wir haben auch Overgearing, Undergearing gemacht, also abwechselnd dicke Gänge oder hohe Trittfrequenz, wir haben komplette Schwimmprogramme gemacht wie Schwimmer, wir haben aber auch Triathlon spezifisch trainiert mit Massenstart, mit Open Water, mit Schwimmen um Bojen herum, das haben wir alles früher schon gemacht, also es ist alles nichts Neues für mich, die Leute, die heute, sag ich mal, ihr Training verkaufen wollen, als neue Trainer, die sagen, ja heute ist alles besser, früher haben die ja viele Fehler gemacht, aber es gab, wie ich eben schon sagte, unterschiedliche Athleten und ich war einer von denen, der damals schon sehr, sehr viel Abwechslung eingebracht hat, ich liebte auch die Schnelligkeit, ich habe also trotz meinem Ironman Training immer die Schnelligkeit nie vernachlässigt, ich habe immer noch Steigerungsläufe eingebaut, kurze Bergläufe, Sprints, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt mir was, auch für die Motorik und das macht einfach auch Spaß. Das heißt, du warst jetzt nie einer, der riesige Umfänge gekloppt hat, wie jetzt ein Thomas Hellriegel und da gab es einen wirklich legendären Podcast bei Pushing Limits, wo Thomas dann so seine besten Trainingsstories so zum Besten gegeben hat. Da kann ich auch ein paar erzählen vom Thomas Hellriegel. Wir haben auch schon zusammen trainiert, vor allen Dingen auf Teneriffa im Trainingslager, das war legendär mit der Nationalmannschaft. Ja, der Thomas, der hat halt anders trainiert, das war halt einer, der wollte immer Kilometer machen und alles recht schnell. Ich habe natürlich auch meine Phasen gehabt, wo ich einen hohen Umfang gemacht habe. Ich habe auch mal 800 Kilometer Radfahren und 150 Kilometer Laufen in einer Woche gemacht, das gab es auch schon mal. Aber es gab auch dann Wochen, wo dann nur mal 40 Kilometer, 30 Kilometer gelaufen wurde mit mehr Tempo und auch nur 200 Kilometer geradelt wurde. Das gab es auch. Das einzigste, was konsequent immer gleich war, war meine Abneigung zu hohen Schwimmumfängen. Die habe ich dann gemacht im ersten Jahr im Schwimmverein. Das hat mich geprägt in dem Sinn, dass ich gesagt habe, es macht keinen Spaß. Und ich war dann einfach derjenige, der gesagt hat, man kann auch mit 12 bis 18 Kilometer schwimmen pro Woche Weltklasse Triathlet sein. Also das war so mein Maximales, was ich so gemacht habe, 18 Kilometer. Das sind auch immerhin sechs Einheiten von drei Kilometer. Nicht wenig, aber ich habe ja jetzt gehört, dass eine Lucy Charles auch wieder mit 40 bis 50 Schwimmkilometern sich vorbereitet hat auf ihren Sieg in Hawaii. Da war ich weit von entfernt. Also ich habe mal genossen, mal viel zu laufen, auch locker lange zu machen, 150 bis auch mal 180 Kilometer. 80 Kilometer in der Woche, die konnte ich auch noch genießen, aber lange Schwimmeinheiten und das jeden Tag immer wieder, das war ein No-Go. Ja, ich kann dir nur sagen, mittlerweile als Triathlet und ich hatte leider auch sehr, sehr viele Probleme mit den Nasennebenhöhlen, habe ich mein Schwimmtraining deutlich reduziert. Deswegen muss ich auch sagen, wenn ich meine Schwimmzeiten mittlerweile bei der 70.3, bei einem 70.3 sehe oder so, dann denke ich mir, Alter, das glaubt dir keiner, dass du mal Schwimmer warst, weil die so schlecht sind, aber ich kann halt kaum noch ins Wasser aufgrund dieser Nebenhöhlen und mittlerweile sind drei Kilometer für mich wirklich eine Welt, aber früher, als ich noch Schwimmer war, da waren drei Kilometer so die letzte Einheit von einem wichtigen Wettkampf und das kam mir dann immer vor wie, ich mache gar nichts und so ändert sich das dann halt auch immer mit der Zeit. Genau. Gut, jetzt mit 58 Jahren sind ja auch ganz andere Prioritäten, da will man einfach nur gesund bleiben. ich habe zum Beispiel mein Lauftraining ja auch reduziert jetzt, also ich habe ja zwei Bandscheibenvorfälle gehabt in meiner aktiven Laufzeit und kleine Arthrose im linken Knie kann aber dennoch laufen, aber ich laufe nur zweimal die Woche. Habe mich damit abgefunden, dass ich die zehn Kilometer nicht mehr in 35 Minuten laufen muss, sondern kriege sie vielleicht noch in 41 Minuten hin oder 42 Minuten und das mit zweimal laufen und bin da jetzt von entfernt wieder irgendwann mal Laufkilometer zu machen. Das Einzige, was ich noch körperlich hinkriege, wo ich mal auch Kilometer machen könnte, wäre auf dem Rad. Da kein Problem mehr bereiten, auch mal nochmal sechs, sieben Kilometer zu fahren. Das ist auch orthopädisch jetzt, glaube ich, ganz okay für mich, aber ich muss es ja nicht mehr. Ja, du musst es nicht mehr und du hast es ja früher schon bewiesen und ich habe so den Eindruck, du wärst so der perfekte Trainingspartner für mich. Habe mir vorhin auch schon gedacht, weil meine letztjährige Zeit auf der Mitteldistanz war 4,34, du hast 4,40 angepeilt, also das ist ja eng beieinander und ja, lass uns kurz auf deine Zukunft blicken. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Gut, in zehn Jahren bin ich ja dann 68, das ist natürlich schwer zu sagen, aber ich denke einfach nur Jahr für Jahr, es macht mir einfach Spaß hier. Ich bin jetzt keiner, der so lange in die Zukunft plant, solange ich gesund bin, solange ich den Sport noch machen kann, solange ich noch dabei sein kann, als Trainer mache ich das. Ich habe auch kein Problem zu sagen, wenn ich mal körperlich nicht in der Lage bin, die Radtour mitzufahren, dass ich auf dem Moped mitfahre, das habe ich ja auch jetzt schon gemacht, oder mit einem E-Bike auftauche, da habe ich auch kein Problem mit, Hauptsache, ich bin noch dabei in der frischen Luft und kann mit jungen Athleten noch trainieren und auch mit Älteren und das ist das Wichtigste. Also in zehn Jahren bin ich hoffentlich immer noch in Phuket, immer noch Trainer und hoffe, dass ich dich bis dahin auch mal in Phuket begrüßen kann. Auf jeden Fall, also ich spiele ja schon lange mit dem Gedanken, mal nach Thailand zu reisen und nach dem Gespräch heute, was ich sehr angenehm empfunden hatte, wird es auf jeden Fall Zeit und ja, dann wünsche ich dir, dass du weiterhin gesund bleibst, dass du weiterhin sportlich bleibst und dass du weiterhin dein Leben so genießt und heutzutage darfst du jetzt ja auch mal erlaubterweise ein oder zwei Bier trinken am Abend. Genau. Gut, danke. Ich werde jetzt mal zurückgehen zu der Poolparty, die wir ja haben mit den Athleten. Wir sind nebenan und ich habe halt die ganze Zeit die Geräuschkülisse in den Ohren und ja, dann alles Gute, komm gut durch den Frühling und vielleicht sehen wir uns auch in Deutschland irgendwo. Ich bin ja in Rot als Betreuer an der Strecke oder auch in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du da bist. Ja, mal schauen, eventuell, eventuell. Oder wenn die Zuhörer jetzt gerade da in Rot sind oder in Frankfurt, keine Angst, einfach mal ansprechen, wenn Leute Fragen haben zu Phuket Triathlon Training hier in Thailand, einfach mich mal ansprechen. Perfekt, so machen wir es und genießt die Party. Okay, gut, vielen Dank. Hey Leute, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Jürgen Zegg genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich finde es immer total spannend, mit den Triathlon-Urgesteinen zu sprechen, weil man da wirklich ganz neue Perspektiven nochmal bekommt. Und wenn euch unsere Arbeit und unser Podcast gut gefallen, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, über Weiterempfehlungen, aber natürlich auch über kleine Kaffeespenden via PayPal an die E-Mail-Adresse ierswim at web.de. Vielen Dank dafür und jetzt geht es nochmal ganz kurz in die Werbung unseres Presenters Primal Harvest. Ich habe es euch ja am Anfang der Folge schon gesagt, Primal Hydration wirklich ein unverzichtbares Werkzeug für euer Triathlon-Training und auch für eure Triathlon-Wettkämpfe. Deswegen deckt euch damit ein mit dem Rabattcode CLARTEXTRIATHLON alles groß und zusammen erhaltet ihr 15% Rabatt auf den einmaligen Kauf und auch wenn ihr ein Abo abschließt gibt es 15% auf die erste und zweite Abrechnung. Und in dem Sinne weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald euer Alex. Alex.